Da ist der Pils. Dacht schon. Das ist irgendwie Fleisch oder so. Boom. So, jetzt müssen wir wieder die Wölfe töten. Wohl wies. Das ist elf Stück. Oje. Es wird noch eine Nacht. So, kommt. So. So, 3 und 2. So, genau. Also fünf verhaken wir schon mal. So müssen wir scheinen, wo die anderen sind. Da ist dann ein Armführer ist das. So, hier. Ah, schön. Geheimhandschuhe. Der Säbel links. Oh, das ist gut. Ob es da die Stumpfe schon hat. He. Acht von elf. Guuut. Geht doch nicht so lang. Hehehe. Hehehe. Au, 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 au. Wo sind die Wölfchen? Ja, hören tue ich sie. Mal sehen. Da ist einer. Der Amkenbrand. Hehehe. Jetzt steckt er fest. Oh, das ist ein Lag. Ah, hat... Ah, das ist ein Lag. Hehehe. Okay. So, dann gibt's auf dem Berg noch irgendetwas. Das wollen wir dann noch nicht machen. Nach einer Quest. So, mal schauen. Ja, bitte aber mit. Irgendwo hier darfst du keine Quest. Nicht? Okay. Also, hier ist einer zu sehen. Aber das ist wahrscheinlich... Albino Bear. Sind das die? Ja. Boah, der Mark ist zu stark geworden. So geil. Stärke hast du, Baba auch. Ja. Jetzt muss ich schauen. Ich hab halt keine Rate hier mehr. Dass sie irgendwie schaffen, vorher... an Geld zu kommen. Ich glaube, ich weiß wie. so... so... ... ... ... ... ... Da hat er eine weitere Quest. Gut. Und hier hat's auch irgendwo noch Quests. Hier nicht. Ah, da drüben. Die können wir noch nicht machen. Ah, das ist die Quest mit dem Adamant. Mal schauen. Sonst level ich halt wieder bis zur nächsten Aufnahme. Ah, da gibt's noch eine Quest. So... ... ... ... ... ... Das ist auf einmal hier. ... ... ... ... ... Hier ist der Schneider. Der hat nur die Einten. Da hasse ich die. Ok, jetzt müssen wir noch hier auch. Ja, Builds Quest. Gut. Diese Quest habe ich noch nicht gemacht, glaube ich. Aber trotzdem mal. Und ob es eine neue Quest gibt. Aber ich habe schon 5. Ja, ist nichts. Ok, holen wir die Pilze. Und schlachten die anderen Tiere dort unten im Tal. Oder im Hang. Oh, ich muss hier durch. So. Also, schauen wir mal. Konzentration ist nichts für mich. Eisstarb ist auch die Sprache. So. 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 Dammit, es ist in den 80's. So. 80's. So... So... Nächste bitte. Die Nächsten bitte. Hallo? Ja toll, es war wieder einer hier vor... Da oben ist einer. Jetzt kommt sie raus aus den Höhlen. Höhöhöh. Die Nächste sind schon wieder. Daaaah Sieben